Da sind die Weglisatze. Da sind die Weglisatze. Schatz, 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 everybody! Zaun schliessen, danke. So schreibt etwa der Jan. Das ist eigentlich von der Grammatik her in Uster kompletter Standort. Ich finde man hätte mit der Farbe nachher arbeiten können. An dem Post-Boh-Bohlen. Habe die Marke vergessen zu kleben, bitte aufkleben, danke. Also muss er selber jetzt eine Briefmarke organisieren, die draufkleben. Welcher Boomer verschickt noch Brühe? Voll weg. Die sind wahrscheinlich auch noch an Mails geschrieben und so. Oder auf Facebook. Veloparkplatz. Also das Prinzip hier ist natürlich nicht ganz so erfüllt. Man kann mir schon richtig vorstellen, die Person, die es fotografiert hat. Nein, also wirklich. Ich hätte doch extra Veloparkplatz. Die zwei Velofahrer sind zurück ums Prinzip gegangen, dass sie sich einfach nicht am System stellen wollen. Outside the box, oder? Ist wirklich wortwörtlich, outside the box? Neue Öffnungszeiten. Mittwoch bis Sonntag erschlossen. Montag bis Mittag Ruetag. Hint mich wundern, wie die ihr Geld machen tut. Das töte nach Mie beim Schaffen. Hast du also Fotos auf dein Handy, dann schick sie uns zu. Äh, da. So. Regime geht offline, hä? Du kannst eine gesellschaftliche H向. Wir sind sehr gut.